Also Tanne wird von Bonn-Hangela, nordwestlich fliegen, steigen und wir treffen uns bei Null 29, Döttingen, eine Stadt beim Fluss, von Döttingen in Sitzuane, dann fliegen sie südlich, greifen ihre Ziele in Sitzuane an, dann fliegen sie nördlich raus, Sitzuane. Okay. Otto, kommst du zu uns? Ja. Ich komm zu euch. Wir sind ganz weit rechts. Eine Frage noch, auf welcher Höhe fliegen die die ganze Zeit? Die Javos sind meist 4000 oder tiefer, also 3000 meistens. Und also wir fliegen ganz weit oben und der Rest von unserer Gruppe wahrscheinlich bei 4000, 5000, oder? Ja. Und Otto, du bist die Queer? Ja, ja, ich komm da gerade hinter dir entlanggerollt. Na, du rollst vor uns. Du bist doch die 11, hast du gesagt, oder? Nee, nee, ich bin die 9. Ja, die 9. Ja. Ach, scheiße. Jetzt roll einfach ein bisschen weiter und mach eine Rechtskurve oder so. Ja, wir gehen einfach rechts von dir, kein Problem, ich geh vorwärts. So, alle bereit? Bereit. Jawohl. 2 bereit. 1. Rackete. 1. Rackete. 1. Rackete. 2. 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 Rackete. 3. Rackete. 3. Rackete. 3. Rackete. 10. Rackete. Solo. 10. Rackete. Solo. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 9. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. 10. Rackete. Wir drehen auf Caruso 3, 1, 0. Schneiden wir da? Nein, nicht mehr. Was? Schneiden wir? Nein. Sind ja nur viermal. Ah, vier. Dreh auch nicht scharf. Falls noch eine vergessen hat, fängt der noch ein kühler die rein zu machen? Ja gut. Für uns gab es eine, der hatte das ganz lange vergessen. Ja, das macht so viel aus. Na ja, das sind irgendwie, weiß ich, 40 Stunden mit oder so? Mindestens ja. Also ich gehe jetzt rechts von den anderen. Wir steigen bis auf Hallersitz. Ich gehe jetzt zu Reingreiber und frage um das Wind. Ja. Ah ja, kannst du voll kurz mal wackeln? Ich bin direkt hinter Bayern, ich wackel mal. Bayern hat es nicht mehr bekannt. Rolf, Wieser, Rolf, Wieser. Wackel du mal, du bist nämlich vor uns, glaube ich. Oder von mir. Rolf, Wieser. Ja, auf deiner 2 Uhr, 3 Uhr. Hey. So, hier schon 2. Wir sind rechts und Form 1 irgendwie öffnet. Der macht Rolf, Wieser. Wie kann das? Weißt du nicht? Hält, das wird ja 24h00. Genau, 24h00. Dann hast du deine Kühler nicht geschlossen, weil wir überholen die ganze Zeit. Na, das ist ein bisschen schwamm. Ja, ich sehe euch sicher. Ich sage nochmal, auf deiner 3, 4 Uhr unterhalb. Ja, weg da. Ich bin Rolf, ihr seid links von mir, oder? Ich bin Rolf auf 5 Uhr von mir. Ich sehe nichts um 3, 4 Uhr unterhalb. Ach, hier. Ich gehe zurück auf Dauerleistung. Ich gehe zurück auf Dauerleistung. Ich gehe zurück auf Dauerleistung, damit ihr nicht schwanken könnt. Und dann steigen wir eben erst mal zu der... Stellt mal alle eure Höhenmesser auf die richtige Höhe ein. Funktioniert durch Alt A. Was meinst du? Standard Atmosphere? Oder was? Alt A. Dann stellt sie es auf die Höhe Berlin-Hart ein. Das heißt, es bleibt ungefähr alles gleiche. Das ist Alt. Ja, okay. Alt A. Cool. Das heißt, dann ist der Boden wirklich Null. Okay, das steht nicht zu frech. Fürs Tauchen, ja. Ich gucke da meistens auf den Boden. Ja, nee, aber... Ich gehe jetzt in Rolf. Nee, Sir. Ah, alles klar. Ich gehe jetzt in den Kampfleistung. Ich steige bei 300 km. Ach, fällt ein bisschen ab Haft. Du musst nur ein bisschen hergeben, als es einem gibt. Ja. Das ist ein Phänomen. Du musst noch ein bisschen mehr geben, als Held angibt. Ja. Das ist ein altes Phänomen. Aber das kennst du ja noch. Ich steige durch die Wolken. Immer noch 300 km. Und vorsichtig, dass ihr nicht im Boost seid, weil dann... Ja, im Boost war jetzt mal sicher das Problem, dass wir nur zwei Missionen dann natürlich vergessen hatten, wie lange wir den Boost den ersten an hatten. Und dann hat es das natürlich nie abgezogen. Ja, aber das ist das nicht beim... Erwarten, oder? Weil du da kannst... Ja, ich glaube, das stellst nur zurück, wenn ein Repair eingeschalten ist. Ja, sonst nicht. Sonst nicht. Sonst hast du diese einmal Boost 10 Minuten und dann nie wieder. Das ist doch bescheuert. Ja. Du bekommst es zurück. Du bekommst es zurück. Du bekommst es zurück, wenn du einfach auf Dauerleistung gebliebst. Nee, das letzte Mal gegen den Rottenstuhl, der Motor. Oh. Ja. Also das ist ganz komisch. Nein, ich denke, wir waren da die ganze Zeit Kampfleistung, Notleistung, Kampfleistung, Notleistung und dann Motor war nicht eigentlich in Ruhen-Modus und dann hat er explodiert. Einfach so. Ja, aber nicht. Ja. Ja. Du musst ihn wirklich runterziehen, nicht Kampfleistung sein. Haben wir mal auf den Meter Platz? Soll er noch abschaltet? Nein, aber die Flak hier ist nur feindlich. Ah ja. Keiner feindlerfreundlich. Unten schießt er ja, unten ist Bodenkampf. Wir haben nur einen verbindeten Flak. Na du natürlich. Ja. Kann ich mir sagen, was das für Streifen da unten sind bei dem weißen Rauch? Also 15 Kursfeinde gemeldet zwischen Himbegen, Klebe und Ahren. Unsere Jawos sind im Moment bei Ahren und sind bald heranangegangen. 8 Uhr, wir haben drei Kontakte. Wir kriegen, ja. Held, entermitteln, entermitteln, drei Kontakte unter 8 Uhr. Wir kriegen jetzt zu Töttingchirn. Wir steigen dahin. Wir kriegen sie das bis 100. Hallo. Das wird das Schwarm 2, oder? Ja, Kohalt kommt zwei rein auf sieben. Mittelweibsweit. Wenn ich das sehe, kann es wahrscheinlich noch viel weit sein. Eher als in drei. Ja. Aber Schwarm 2, seid ihr nur das dritte? Ja, ne, wir sind alle zusammen eigentlich. Die Uhrlos müssen wir das machen. Machen wir auch auf Lisa. Aber wir sind alle auf eure 3 bis 4 Uhr. 3 bis 4 Uhr. Okay, dann seht mal auf eure... Ja, müsste auch 7 Uhr sein. 8 oder so, was sie macht, ja. Drei Kontakte kommen rein da. Und dann weitere drei. Weiter noch. Okay, schwarz-weiß liegt mal geradeaus weiter. Wir drehen erst mal um. Victor. Schau mal auf was sie gehen. Schneiden. Ja, ich gehe aber hier. Wir sind genau über Döttingchirn. Ah. Zwei Kilometer nötig davon 2000 Meter. Wächst jederzeit hier also nicht? Ja. Dann krieg ich die Folgen euch. Schwarm 2. Ja, sie sind noch nicht... Wir drehen jetzt auf sie ein. Victor. Ich sehe euch. Ihr könnt ein bisschen Lisa drehen. Victor, ein bisschen Lisa. Vielleicht zu 50 Grad. Wir tun so, als ob wir sie nicht mehr merken hätten. Ja. Spitfire, drei Stück. Keiner auf Notleistung. Ja. Wir sind auf Notleistung jetzt. Und wo bist du? Ja. Wird auf uns rein, oder? Nein, nein, immer noch nicht. Aber die tauchen so ein bisschen unter uns durch. Da fallen bald. Die sollten euch ja nicht sehen. Weil der ist eigentlich nicht. Die sollten wir nicht. Ja. Okay, dann dreht... Ich glaube, die gehen nach unten. Die gerade rückt vor sich. Dreht auch die ein. Victor. Wir drehen scharf Lisa. Nein, mal Lisa. Die kriegen wir nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Macht nichts. Aber wir jagen sie. Die müssen hier weg. Ja, wir jagen die ein bisschen. Aber die sollten oben bleiben. Ja, ja. Wir jagen die. Bis sie keine Gefahr mehr sind. Ich gehe links. Und gehe zu meinem Himmel. Nicht, dass ihr uns selber reinzieht. Ja, ja. Das ist der nächste. Ja, aber noch ist der Himmelblau. Ja, ich habe vorhin noch hinter Ihnen drei andere drei gesehen. Also... Ich bin schneller als der letzte. Der taucht jetzt runter, weil er gemerkt hat, dass ich gleich dran bin. Wenn er so taucht, ist er dann bald hinter mir. Das ist natürlich auch scheiße. Na dann, auch gleich. Alle Feinde sind jetzt außer Radargebiet, aber es gab vor Moment zehn Bus bei ihm. Victor. Ja. Otto, und hast du jetzt da? Riccardo? Hast du eine Ahnung, wo du bist? Ich fliege auf Emmerich zu gerade. Das war Mainz, Caruso. Okay, wir gehen vom Gas. Ja. Ich komme von Süden nach Emmerich und fliege gerade drüber Richtung Bord. Perfekt. Genau, ist das dein Leben. Ja, vielleicht bin ich schneller als du. Ich steige weiter. Nein. Ich steige hoch. Ich bin vor dir Vorsicht. Mit Kärse, Elisa, ne? Ja, ja. Wir haben gerade eine Kehre gemacht, Elisa. Oh, könnte sein, dass sie... Dann fasst mal auf, das könnten wir... Ja, ja. Wir gehen durch die zweite Wolkenschicht jetzt gleich. Die haben jetzt erst mal verjagt. Ich habe noch vier Kontakte habe ich, acht Uhr zu sieben wieder. Sieben Uhr, acht Uhr zu sieben. Die sind höher. 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 Ja. Hier kann eine kurze Frage. Wo seid ihr in der Zeit? Wir sind etwas westlich von Nimwegen. Wir haben Spitfire verjagt. Aber es sollen noch mehr sein. Wir haben den Kiefer, zwei noch. Am 1, 2, 6. Und... Ihr könnt euch zurückziehen. Target wurde successfully bombardiert. Ja, perfekt. Wir sind da, Weihnachten. Föning hat zurückgefliegen. Sehr gut. Gratuliere. Vielen Dank. Alles hält. Hält. Einer verfolgt uns. Unsere sechs Uhr. Einer verfolgt uns. Und dann haben wir Tieffahrer hier. Von sieben auch kommen. Ganz schnell zu und zwei. Ja. Sieben Uhr ist auch drauf. Ja. Ich glaube, die ist flack auf. Wir müssen immer ein bisschen zickzack fliegen. Da sind nach... Da sind nach... Was ist das? Da sind nach 109. Ja, kann auch sein. Die sind ja auch hier irgendwo. Schön immer zickzack fliegen. Leichte S-Kurven machen. Dann sollte die Flak eigentlich sehr große Probleme haben. Höhe ändern. Oh, wow. Scheiße. Nochmal. Motor beschädigt. Muss nicht wegziehen. Verdammte Scheiße mit dieser Flak hier. Immer. Habe genug von dieser Scheiße. Ja, ja. Zickzack fliegen. Vor allem Jäger wurden fast nie getroffen. So in der Höhe. Kannst du vergessen. Nur von der... Die wurden immer nur von der leichten Flak gewischt. Oder mittleren vielleicht. Ähm... Dann lasse ich ab oder... Wir fliegen einfach... Ähm... Von hier... Nach Emmerich. Erstmal. Ja. Wir sind hier direkt über den Neuenweg. Also hinter euch. Ihr habt nur Kontakt zum Tat eures Schwarmes. Ihr seid ein bisschen so... Streut. Wo sind wir hier gerade? Direkt verdammte Scheiße nochmal. Ja, wir sind immer noch... Gerade über... Äh... Bettingchen. Aber ich glaube ich sehe einen einzelnen Kontakt. Links von uns. Der von äh... Vom Süden kommt. Also wir versuchen zu dir zu kriegen. Homi, willst du Deckung haben? Oh, bin gut, bitte. Wait. Wir haben noch einen einzelnen weiten... Ähm... Mittel... Kontakt auf der 4. Geh mal bis zum 3. Ja. Hier kann ich das Tommy. Okay. Auf hoher 6. Der dreht jetzt ab. Ja, wenn er abdreht. Obacht, obacht, bitte mal Gas sinken. Zweite... Achtung, es taucht was runter. Da geht was taucht. Auf Tommy oder was? Nein. Auf Tommy. Das ist ein 109er. Alles klar. Okay, okay. Mein Gott, die nerven mich, diese 109er recht früh. Ja, man ist ja anstrengend. Ja, ja. Achtung, zwei von uns kriegen ganz böse Flak. Zickzack fliegen. Ja, das sind die 109er. Das sind die 109er, okay. Na dann... Soll uns auch abgeschossen werden. So, ähm... Wir müssten gleich bei Emmerichs. Also wir sind aktuell bei F18. Jawohl, wir kommen jetzt erstmal Kleve. Ja, Kleve ist vor uns. Und dann ist Emmerichs. Ja, Kleve sind wir auch, genau. Der braucht Kleve. Ja. Irgendeiner klebt an meiner 7. Nicht mich. Hast du noch dreimal gesagt. Ja, bist du. Nein, du hast gesagt... Ja, okay. Aber da ist doch noch einer über uns. Ja, das ist... Ist Tommy oder was? Ne, Tommy ist auf Not gelandet. Ah ja, Tommy ist ja, genau. Der ist am Landen. Bayern, welche Koordinaten waren das? Kontakte 11, 17, 6. 11, 17, 6. Viktor. Ach, dann sind die ja immer noch über dem Wald da. Wir haben auf 8 Uhr drei Fragezeichen, vier Fragezeichen. Dreht ihr da gerade Lisa? Ja, Viktor, das sind wir. Die Spitfires müssten irgendwie unter uns sein. Über euch sind drei Fragezeichen, das sind die 109, oder? Äh, Feindkontakte, 10 Uhr, Spittis. Ah, das war am 3, okay. Wo? Ich glaube, äh, bei Nimbägen, südlich Nimbägen. Ich glaube, das sind Feinde. Ein Moment, 10 Uhr unter uns, ähm, Spittis. Ich stürze runter. Ich stürze runter auf sie. Luftkampf auf 9 Uhr. Ich sehe nichts. Da dreht sich heftig. Also, wir haben vier. Da dreht sich heftig. Da dreht sich heftig. Ja, ja, ich berühre, berühre. Ah, ja, kann ich. Schwarm 3 hat jetzt da gerade in so einem Westen nicht gestochen, oder? Äh, na, dran, das sind die 109er im Kampf für den Spittis. Ah, okay. Ich mache einen Kampf, einen Pass hier auf diese Spittis und dann raus. Wir kommen. Wir haben viele Einbrecher, Schwarm 2 auf 10 Uhr, vielleicht über halb. Obacht, dass wir nicht an den Kampf heingeraten. Okay, wir, ähm. Ja, jetzt, ihr fliegt rasch zu, oder, auf den Kampf? Ja, wir fliegen von Süden ran und der Kampf ist direkt auf, ja, auf 11, 17, 6. Ah, ja, ist auf jeden Fall höher. Ja. Wir haben einen Treffer auf dem Alten, ich gehe hoch. Juli, ihr steigt dabei, ne? Ähm, wir steigen nach Norden raus. Schwarm 3 seid ihr über Schwarm 2? Ich bin auf Spitfire, über uns Schwarm 2. Wir haben hier eine Spitfire auf Hallo 45 oder 50. Nach Osten sofort raus, wenn Schwarm 2 und nach oben schauen. Zibao, Otto, wo seid ihr? Ich bin unter auf Fensters. Ich bin unter auf Fensters. Ich bin unter auf Fensters. Oh, Spitfire dreht eins. Und zu links, steh runter. Oh, Spitfire dreht eins. Ja, und das überfliegt, der sieht sich. Ich graucht Qw, sieht immer aus wie eine Focke-Wulf. Kliegt Steinkohle, müsste auch ... Ist eine Focke-Wulf? wir gehen uns nicht nach wie es aussieht das ist ja aber warte mal hier vorne es gibt es gibt es wieder an und dann gehe ich östlich aus es doch vor gewollt doch vor gewollt habe ich doch vollkommen genau gesehen leute zieht wieder von dem wegen zurück alle alle mann egal welcher dafür zurück dabei da unten beim wald bei klebe westlich klebe ein stinker und zwei weitere tiefe sehr gut abschluss bestätigt jungs wir sind bei klebe also westlich klebe beim wald da wurde bald anfängt südlich von dem wegen super viele spitfire und gerade verloren ich glaube wir haben den luftkampf gesehen wir sind hallo 25 zivau bist du noch bei mir bei natron ich bin auf hallo 55 ich bin auf 20 100 zurück zum motor mal abkühlen lassen wir haben noch einen weiten kontakt auf 6 uhr hier der uns nach fliegt lege hole im drehzahl drehzahl ist jetzt ein bisschen runter auf euch schon mehr ansagen vorsicht vorsicht einer hat der ist aber durchgesaust er ist durchgesaust rote 2 in dem schwarm 6 2 im schwarm hat 6 guckt man nach hinten ob das ein feind ist wir sind überklebe und fliegen östlich hoch ja wir gehen nach weze weil wir da auf die java schwarze kontakt aufgetaucht 12 hoch 1 oder 12 hoch caruso was ist ein caruso also was ist ein bisschen mehr so 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 ein bisschen Vielen Dank.